Ich bin der Präsident der Bundestagswahl. Eine Schule italienischer Vertretung hier, die ich sehe. In Berlin gehen, 44. Untertitelung des ZDF, 2020 Kultensprach Vielen Dank. Herz von Berlin. Ja, absolut. Absolut, ja. Es ist eine Straße, ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt in der Norden und auch mit der Macht übernommen, die Nazis marschieren. Ja, durch die Brandenburg-Porten, für die Ausgabe der Macht, sind auch die Nationalsozialisten, die Nazisten. Aber heute steht es für Freiheit, für Demokratie. Ja, heute, invece, rappresenta die Werte der Freiheit und der Demokratie. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, das haben wir gemeinsam.